Und Felix, hast du schon herausgefunden, worum es sich handelt? Oh, hallo! Willkommen bei Kniffelix. Nimmst du auch gern Sachen unter die Lupe und lässt nicht locker, bevor du die Lösung gefunden hast? Dann bist du hier bei uns genau richtig. Lupe, Felix und ich, wir wollen mit dir kniffligen Alltagsrätseln auf den Grund gehen. Bist du bereit? Na dann, die nächste Rätselmission wartet schon auf dich. Bis zum nächsten Mal.